Mein Name ist Oggi Pullman. Wenn sie dich anstarren, lass sie einfach starren. Aber du magst die Schule doch. Für dich ist es vielleicht anders, aber ich liebe es. Es ist das Gesicht meines Sohnes. Du bist nicht hässlich. Das sagst du doch nur, weil du meine Mom bist. Weil ich deine Mom bin, zählt es am meisten. Weil ich dich nämlich am besten kenne. Und dass jeder von uns zumindest einmal im Leben einen riesen Applaus verdient hat. Meine Freunde haben ihn verdient. Meine Lehrer haben ihn verdient. Meine Schwester hat ihn verdient, weil sie immer für mich da ist. Mein Dad hat ihn verdient, weil er uns immer zum Lachen bringt. Und meine Mom hat ihn am meisten verdient. Weil sie niemals aufgibt. Egal worum es geht, ganz besonders bei mir. Du bist wirklich ein Wunder, Oggi. Du bist wirklich ein Wunder. Untertitelung des ZDF, 2020